Hallo und jetzt willkommen zu Let's Play Together Minecraft Part 3 Und die Schafe machen gerade unsere Tür auf Bist du ein Schaf? Wir kriegen Besuch Wir töten dir Besuch einfach Mein Onkel ist da Mein toter Opa ist gerade gekommen Ey, sowas ist nicht, sowas, über sowas Spaß war nicht, ja Ja, ok, voll, ja Ey, wo soll ich denn die zwei Chesters hinbauen? Ey, da, da, hier, wo ich gerade stehe Ich schaffe jetzt Wo der hin, wo der hin, zeig mal, wo Ey, hier, wo ich gerade stehe Ja, da kann ich aber nicht zwei hinmachen Na klar, mach jetzt Nein, ich mach eine Holztruhe, zwei Holztruhe Geh mal, geh mal auf Bett, ich springe auf ihn herum Arrrr Komm, gang, bei mir Uh, uh, dekka-laka-daka, friss mein Spänus, alter Okay, das ist eine Holztruhe Das ist eine Holztruhe, Junge Nee, echt, hätte ich jetzt aber nicht gedacht Ich hab nur eine Kaffeebohne reingemacht Nee, Alex, musst du dir nicht alles zeigen Wie kann da überhaupt Gras wachsen? Marihuana Wer hat da was angepflanzt? Entschuldigung 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 Ich nehm's gleich weg, okay? Bevor die Polizei kommt Dann kommt so eine scharfe Polizei Mie, 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 mie Ist auf meinem Mist gewachsen, es tut mir leid Und dann so Miau, 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 Marihuana, miau, miau Leute, ich bin durchs Loch da gekommen Okay, passt schon jetzt einen Weg nach links und einen nach rechts Leute, ich hab kein Dirt mehr Dirt Ich hab keine Nach rechts Ey, jemand baut hier ab, ne, mit seiner Eisen-Dingsbumsla und ich bau hin Okay, wir bau hin, was bau ich hab Los, baut ab, los, hier, den Weg hier abbauen, macht, los Flint, Flint Explodiere, los, Pokémon, Flint Mach schneller Ja, du sollst zuerst vorlaufen Nein Ey, bist du behindert? Der will da einen Baum hinbauen Ey, wegkommt er eh nicht Baumhaus Ey, wisst ihr, wie ihr früher Bedrock wegbekommen habt, ohne abzubauen? Ja, äh Der hat einen Baum gebaut, einen Baum gepflanzt, mit, äh, mit Bone, also mit Bone-Mehl zum Wachsen gebracht Und dann hat er, hat er ganz viel Bedrock weggenommen, übers Gloll Oh mein Gott Na, wie würdest du hier Kappels dann hinbauen, hä? 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 Aua So leicht Jetzt macht mal eine Hey, los, wer spielt mit mir Pokémon? Ich geb dem Pokémon bei, mal gucken, was drin ist, hier Nimm dir den Ja, okay, gib her Okay Hallo, Platzkraft Da ist Apfelmon 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 Er hat jemand ne Dings Los, Pokémon Ich hab Pikachu Ey, gib mein Pikachu Ey, gib mein Pikachu Ich hab Lugia Nicht hier Ey, gib, wo ist Pikachu? Ich hab Deoxys grad gemacht Deoxys? Kannst du nicht Deoxys? So, ich hab ne Flint Ich hab ne Flintgun Ich hab ne Flintgun Ja, ne, ist klar, ne? Ich hab ne Strotflinte Ich steh grad im Block Also im Block, Grafs Jetzt nicht in dem Block, sondern Ja, ha, ha Ii Ich hab so Ii, ich hab Dein Inneres gesehen Ii, es war leer Dein Kopf ist hol Dein Ass hola Dein Ass hola Dein Ass hola Wollen wir noch nen Balkon bauen? Mein Name ist Olaf Sein Name ist Olaf Der ist Günther Wie heißen Sie? Sie heißen doch bestimmt Olaf Nein, Günther Lass mich raten, Arschloch, Günther Nein Das war Spongebob Sein Name ist Olaf Sein Name, Olaf Ich weiß, ich hab das auf dem Handy Ähm, wie heißt der? Äh Olaf Olaf Und darf ich raten, Ihr Name ist Olaf? Nein, Günther Alter Schreibt in die Kommentare, wenn das falsch aufgesagt wurde Ja, da kommen bestimmt so Du Penner, ey, sagst richtig Oder Schläge Ich komm nie dahin, wo du wohnst Ich krieg's raus, Junke Ne, das wird dir nie erfahren Der ist mit einem Ölstift Also er wohnt in Niedersachsen Ey, guck mal nach oben, Alex, guck mal nach oben Er wohnt in Niedersachsen Ab jetzt stürzt nicht ab Jetzt ist alles bei mir in Zeitlupe Ey, alles ist bei mir in Zeitlupe gerade Jetzt kannst du Wanted spielen Ey, wer baut da was ab, Mann Ey, ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht Ey, warte mal, warum hast du einen schwarzen Hals? Was isst du da was? Jetzt ein schwarzes Hals Es schwebt Warte, ich beleuchtete Ich darf erst tot Guck mal, ich hab den Heiligen Schall Aua Er rennt schnell weg Block rennen Autocrash, Autocrash Aua, ich hab nur noch ein Leben, hör auf Okay, bei mir leckt's Ich nehm immer 23 Fleisch von 23, ja Ey, geh weg, hör auf Lass mein Ups Wollte nur, ich wollte, ich hab, ich hab nur zwei gegessen Was mein Fleisch, Mann Ich hab nur zwei gegessen Ja, und das mir doch egal ist, mein Fleisch Wir teilen alles So Ich gebe dir deine Sachen jetzt wieder Ich hab alles zurückgelegt, bist du behindert? Nö, zwei Fleischstücke hast du nicht, ha? Ja, die hat jemand anderes gehabt Ich hab die nämlich in die Truhe gelegt Ja, 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 aha Okay, wer will Streit? Wenn's bei mir nicht lecken würde, wär er tot Ja, ja Werden jetzt meine Items? Junge, ich hab doch nichts gemacht, du Knecht Doch Ich will alle keine Items haben Ja, du kriegst die, wenn ich nicht leck Ja, ich geh mal eins Ich geh mal eins Ich geh jetzt meine Items Ich geh jetzt meine Sachen haben, sofort Ja, warte, wenn's bei mir nicht leckt, dann gerne Was hast du für Sachen, also Flint gehört dich mir, dieses scheiß Gold Warum ist unser Keller überschwemmt? Ja, weil jemand wie dieses Kackloch da aufgemacht hat Ich will, ich will alles haben Ja, warte, wenn's bei mir leckt Nein, mein Bett Oh, nee, ist's kaputt Hört mal auf, mich zu schlagen Keiner schlägt dich Boah, wie's bei mir nur am lecken ist, äh Minecraft, der Scheiße Aua, hör auf Ja, dann hör auf, mich zu schlagen Ja, komm, ey Was soll denn das Scheiß? Ja, wenn du mich schlägst Ja, wenn du mich beim Vorbeigehen schlägst Okay, jetzt komm schnell, dann kann ich dir deine Sachen geben Ja, aber jetzt hat er noch meine Items Gib auch mal wieder hier Ich hab nichts, hör auf, mich zu schlagen Gib mir meine Items Ich hab nichts Gib mir die Ich hab's nichts Was hast du noch gehabt? Eigentlich nicht für die anderen, hören mir die Sachen Alter Ich hab noch mehr Steine gehabt Ich hatte noch eine Pickaxe Ich hab das nicht Ne, 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 ne Eisenachs Die hab ich dir gegeben, oder es hat jemand Nein, das hab ich mir selber gemacht Und ich will jetzt noch meinen einen Eisen haben zurück Ich hab keinen Eisen, Mann Ich hab gar nichts mehr Ich hab nur eine Schaufel und noch ein Steinschwert Das hat einer von denen Deppen Ja, der hat, das wette ich mit dir Ich hab nichts Ich hab auch nichts Ich hab alles zurück Ja, komm, 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 meine Items, Mann Gib dir einfach her Ich hab nichts Gib die her Alter, hör auf zu kämpfen, ich schwöre Ja, dann sag ich ihnen das doch mal, dass ihr mir die wiedergeben soll Das ist ein Scheige, Alter Ja, ich hab wirklich nicht Der hat sie doch Was glaubst du mir Sachen jetzt? Was willst du denn? Was willst du denn? Ich hab keine Sachen, ich leg da Sachen rein, Mann Die ich nicht haben will Hallo, was gibst du mir? Was legst du mit dem Scheu? Wir teilen uns doch eh alles, Mann Nö Merkt man Ihr streitet wegen deinem Eisen Ne, wegen einer Eisenachst Die hab ich doch schon gebeten Die Eisenachst hab ich schon Die hatte ich Ich glaub, was fehlt dir jetzt noch? Ein Eisen Hab ich ne Ach so, jetzt ein Eisen hab ich hier Ja, du hast nichts von mir Der sagt doch, was dir fehlt Weg Ich sei zu geizig, ein Stück Scheiße Meine Truhe kannst du gerne rein Du kannst sogar Sachen von mir nehmen, ist mir egal Ich teile Geh weg Ich schau doch nur, Mann Geh weg Spaß, mein Weg, hör du alles nehmen, ist mir scheißegal überhaupt Hauptsache, ich krieg jetzt eine Spitz-Axt Wenn du mir alles tauchst, ich schwere, ich geb dir so eine Faust Geh weg, du nicht Hier, Spitz-Axt Ja Spitz-Axt Krieg ich ein Bett? Ja, nimm dir eins Aber eins soll noch übrig bleiben für mich Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Nicht lang Über 20 Minuten bestimmt Nein Hast du überhaupt aufgenommen? Nein, ich tue nur so Ja, jetzt hat keiner mehr was, ne? Ja, jetzt hat keiner mehr was, ne? Ja, ich tue nur schön Das hat die Laura doin' ich mich nicht Ich tue nur ein Boy nicht er unter er er kann immer wieder kommen und sie waren in der Arbeit geben das muss zu mir kommen nennen abgegeben mal fackel und dessen alles muss man selber machen also wenn er es macht diesen die fahrer als sie die mann schweig zu schwimmen Lava es gibt noch mehr es gibt noch eine Fakte hier das hat doch schon es gibt noch einen Fall zu einem Haus er ist nein nein Wasser Wasser als es wäre und sie sagt an Hilfe! Lass mich mal kurz reden, bitte. Okay. Also, das Video neigt sich dem Ende zu. Und wir verabschieden uns wieder alle. Und Domi ist schon wieder nicht da. Domi kommt wieder her. Ich komme! Wartet auf mich. Und ciao, Leute. Verabschiedet uns. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.